Der Salamander 1 Er ließ den Sack zu Boden gleiten, atmete einige Male tief durch, hob ihn wieder auf und warf ihn wieder über die Schulter, die Talseitige diesmal. Schwer stiessen seine Schritte auf die Erde, ruhig, rhythmisch, stetig. Fuss vor Fuss auf die ausgetrocknete Grasnarbe, die zum schmalen Pfad verkrustet war. Scharfkantige Steine in die trockene Erde getreten, weisser Kalk im Umber der Erde. Das Weiss des Gesteins bläulich leuchtend in der sternklaren Nacht. Leicht und mit flink pendelnden Beinen lief der Bergamaske nebenher. Vor und hinter ihm die Schnauze am Boden irgendeiner meandernden Spur eines Tieres folgend, welches vor ihm seinen Weg durch den von Alpenrosenbüschen flockig besetzten Hang gesucht hatte. Bald würde er die Passhöhe erreicht haben. Hebt er einmal den Blick vom Weg, sieht er vor sich. Ein schwarzer Sattel, darüber ein Stern glitzern im Tiefblau der Sommernacht. Batou! Ein leiser Ruf und der Hund dreht sofort herbei, stellt sich vor ihn, hechelt. Der Mann erkennt im schwachen Licht der Sterne das Funkeln in den Augen des Hundes, die ihn heiter und erwartungsvoll fixieren. Mit einer leichten Bewegung der harten Hand krault er den Hund hinter einem Ohr, dann setzen sie den Weg fort. Eine kurze Weile läuft der Hund neben ihm her, dann im Bogen um ihn herum und ist schon bald wieder ein gutes Stück voraus. Kurz unterhalb des Sattels bleibt der Mann stehen, prüft die kleine Senke, die den Pass bildet, den Übergang ins Italienische hinüber. Der sanfte Bogen der Alpenweiden zwischen den beiden Bergflanken liegt still vor seinem Blick. Er weitert seine Nasenflüge dem herben Duft von Gras und Erde. Der feine Lufthauch, der vom Pass herab streicht, vermag kaum seine Haare zu bewegen. Der Hund steht starr auf einem Felsbrocken, zeichnet sich deutlich vor dem Himmel ab. Das Tier steht bewegungslos, eine Pfote erhoben, im Schritt gebannt, den Blick irgendwo ins Dunkle gerichtet. Ein Knurren entringt sich der leicht geöffneten Schnauze, ein kurzes verhaltenes Bellen. Noch einmal, weniger, lauter. Der Mann folgt der Blickrichtung des Tieres, versucht, das Dunkel der Alpweide zu durchdringen. Er lässt sich vorsichtig hinter einem grossen Stein gleiten. Ein Schuss zerreißt die Stille, der Hund heult auf, überschlägt sich, fällt vom Stein, ein schwarzes, wimmerndes Bündel neben dem weissen Fels. Der Mann hat die Flinte von seiner Schulter gerissen, legt kurz an und feuert in die Dunkelheit, dahin, wo soeben das Mündungsfeuer aufgeblitzt war. Er hört das harte Auftreten von Schritten, das Rieseln von Steinen, jemand rennt. Das Geräusch entfernt sich talwärts von ihm weg. Er wartet. Nach längerem schiebt er sich Gewehr und Sack in den Händen über den Boden in Richtung des Hundes. Batu, raunt er. Das Tier hebt den Kopf. Die vorher so glänzenden Augen haben einen getrübten Schleier. Sie blicken gerade in seine Augen. Aus ihnen spricht der Schmerz. Der Mann nimmt die Schnauze des Tieres in seine Hand. Eine knappe Bewegung des Schwanzes, ein Versuch zum vertrauten Wählen, antwortet ihm. Die rechte Hinterflanke hat einen Streifschuss abbekommen. Ob der Fußknochen gebrochen ist? Der Mann schaut sich um, sucht die Hänge ab. Er entnimmt seinem Sack eine Schachtel, presst eine Patrone heraus, ersetzt die abgefeuerte Kugel. Dann legt er beides zurecht, Sack und Gewehr, schiebt seine Hände unter den Hund, der jault auch. Doch schon hat er das Tier auf seine Schultern gehoben, um den Hals gelegt und hält ihn mit einer Hand fest. Mit der anderen greift er nach den beiden Gegenständen. Rasch schreitet er Richtung Pass, hält sich nun nach links, wo verschiedene durcheinander geworfene Felsbrocken die Alpenrosenweide begrenzen. Sollte sich noch jemand versteckt halten, wird man sich da entweder vor die Flinte laufen, oder er kann im Gewehr der Steine entkommen. Warum galt der Schuss dem Hund? Er hatte selber wohl ein ebenso klar erkennbares Ziel abgegeben wie dieser. Der Streifschuss war vermutlich der Distanz zuzuschreiben, aus der der Schütze gefeuert hatte. Ziemlich weit. Auch musste dieser damit rechnen, dass er zurückschießen würde. Es schien, als hätte der Angreifer es darauf angelegt, wegzurennen, ohne dass er ihn im Dunkeln des Hintergrundes ausmachen konnte. Hatte man ihn erwartet? Wer konnte wissen, dass er heute diesen Weg benutzen würde? Schwach trinkt das Mittagslicht durch die schräg gestellten Jalousien und mit ihm der schwere Duft des Jasmin, der unter dem langen, geschwungenen Balkon blüht und in dem die Bienen summen. Die Hitze des Mittags lastet schwer auf dem steinernen Weiss des Balkons, dringt durch die angelehnten Läden der Balkontüre, trägt den Jasminduft ins verdunkelte Zimmer, wo er kaum die bodenlangen, gaseleichten Vorhänge zu bewegen vermag, die ganz zurückgezogen wurden. Aus einem Nebenzimmer dringen leise Klavierakkorde, die in Tonläufe ausfransen, so als suchte gerade jemand eine neue Melodie. Auf dem Bett, mitten im Zimmer, liegt eine schlafende Frau. Ihr rechter Unterarm hängt über die Bettkante, eine feine, schmale Hand wie die einer jungen Pianistin. Die ganze Gestalt ist sehr zart, feingliedrig. Der gleismäßige Atem spielt sacht im orange-roten Stoff des sommerleichten Kleides. Auf dem Besicht der Frau liegt ein rötlicher Schimmer, als ginge Licht von den großen Blüten aus, die auf dem ans Bett geschobenen Stuhl in eine zu kleine Vase gedrängt stehen. Von der Türe her ertönt ein leises Klopfen. Sie wird darauf knapp geöffnet, ein dunkler Lockenkopf erscheint. »Möchtest du nicht aufstehen?« meint die Frau halblaut. Das Gesicht einer frischen, Sonne- und Windgewohnten Mitvierzigerin. Noch einmal wiederholt sie die Frage, diesmal etwas bestimmter. Die Schläferin öffnet langsam ihre Augen. Dunkle Augen erhalten Glanz. Ein Lächeln genügt, es braucht keine weiteren Worte. Die Frau tritt ans Bett, die Liegende streckt ihr die Arme entgegen, die andere umfängt den schmalen Leib der Liegenden und diese schließt ihre Hände unter den dunklen Locken. Vertraute Gessen der einen wie der anderen Frau. Die Ältere hebt den leichten Körper an. Nun sitzt die Frau, dann schiebt sie einen Rollstuhl ans Bett und hilft der Jungen auf die Sitzfläche. »Danke, dass du mich geweckt hast.« »Du willst doch bestimmt runtergehen, oder nicht?« »Natürlich«, entgegnet die Junge. Die Ältere greift nach einem leichten Jäckchen, um es der Jungen nötigenfalls um die Schultern legen zu können, und schiebt den Rollstuhl den Korridor entlang zur hinteren Tür, wo irgendwelche Vorfahren glücklicherweise einst eine steinerne Rampe ins erste Stockwerk gebaut hatten, um so die Küche besser zu erreichen, mit dem Bedarf für das große Haus. Früher hatten hier viele Menschen gewohnt, der Nonno, die Nonna, die Mutter mit den fünf Kindern, der Vater in den seltenen Zeiten, in welcher er bei der Familie war. Dann waren natürlich in den Kammern unterm Dach auch noch die Mägde und Knechte sowie die Fuhrleute, die nur ab und zu hier übernachteten. Unter einem der weiten Bogen, die den Eingang überdecken, stand früher ein langer Holztisch. Um diesen herum saßen und lehnte früher alles, wenn das Abendessen vorüber und keine weiter Arbeit erforderlich war. Da war jeweils debattiert worden, gestritten, gelacht und gesungen. Vor allem, wenn Onkel Giorgio seine Klampfe vom Kasten heruntergeholt hatte. Meist fehlte eine Saite auf der ausrangierten Gitarre, was ihn aber nicht störte. Für die anderen boten diese fehlenden Saiten jeweils willkommenen Anlass, ihn aufzuziehen. Aber dann sang doch alles fröhlich mit. Die Älter der beiden Frauen arretierten nun den Rollstuhl unter diesem Gebäudebogen, aus welchem der Tisch schon längst entfernt war. Nur die Bank der Wand entlang war noch vorhanden. Meist aber wurde der Platz von Tonio, einem Cousin der Jüngeren, für seinen Fiat genutzt. Doch die letzten Tage hatte er ihn vorsorglicherweise weggestellt, aus Angst, die Demonstranten könnten das schöne Rot zerkratzen. Ohnehin war er mit ihnen und ihrer Forderungen nicht einverstanden. Nicht so Severina, die junge Frau im Rollstuhl. Sie ist ganz auf Seite der Demonstrierenden. War es nicht eine Schande gewesen, dass Nonno und Nonno, die er in diesem Haus geboren, sie 50 Jahre darin gelebt, ihre Staatsbürgerschaft wieder hatten verlangen müssen, nachdem man sie zuvor genötigt hatte, ins Deutsche Reich umzusiedeln. Und das nur, weil die Großmutter Deutsch geredet hatte. Aber sprach sie nicht ebenso gut Italienisch? Hatte sie mit den Kindern je anders als auf Italienisch geschimpft? Ist es nicht eine Schande, dass Tonio sich nur um seinen Fiat kümmert, sprach Severina, statt dass er sich auch etwas um seine Heimat kümmert? Oder findest du, ich bin zu hart mit ihm? Sag, Olga. Nun entgegnete die Älter und schüttelte ihren Kopf. Er übertreibt wirklich mit seinem Auto. Jeden Samstag poliert er daran rum. Und wenn er morgens losfährt, muss es die ganze Gasse hören. Ja, und wie er seinen Arm mit der Zigarette aus dem Fenster hängen lässt, das tut er nur, um die Frauen zu beeindrucken. Mich beeindruckt er nicht damit. Ja, du bist ja auch zu alt für ihn. Severina haut sich die Hand auf den Mund. Oh, entschuldige, so habe ich das nicht gemeint. Ich meinte nur, doch, Olga lacht. Lass nur, du hast schon recht. Ich bin wirklich zu alt für ihn. Doch jetzt hallen von den gegenüberliegenden Hauswänden Rufe wieder. Allgemeines Lärmen entsteht und schon bald biegen sie um die Ecke. Leute quellen durch die Gasse mit Transparenten, Tafeln, Plakaten, Rufe und Sprechchöre rufend. Olga zieht den Rollstuhl etwas zurück. Lass mich da vorne, Olga. Ich will dich in den Hausflur hineinziehen können, falls das nötig würde. Das ist nicht gefährlich, das sind die Autonomen. Ja, eben. Und überhaupt, wer kann schon wissen, wer was tut? Sind dir die Attentate und die schlimmen Geschehen nicht mehr in Erinnerung? Doch, aber das ist jetzt vorbei. Was nach dem Prozess in Mailand geschah, ist jetzt vorbei. Seit nunmehr vier Jahren kein Terror mehr, aber auch keine Demonstrationen mehr. Die Demonstrierenden sind inzwischen herangekommen und Severina hat alle Hände voll zu tun, um ihren Bekannten zuzuwinken. Siehst du, Olga, die dort sind aus meiner ehemaligen Schulklasse. Wir waren immer zusammen. Damals konnte ich noch. Ich weiß, antwortet Olga leise. Und dort Silvana, auch sie ist dabei. Und Domenica. Die beiden winken ihr zu. Sie tragen ein Plakat. Alto Edge. Weiter hinten nochmals, eines mit derselben Beschriftung. Ist es nicht schön, sprudelte Severina, wenn so junge Leute die alte Bezeichnung für unser Südtirol auf ihre Transparente schreiben? Hoffen wir, es bleibt dabei. Vorläufig scheint es so, erwidert Olga. Die Unruhen sind ja jetzt wirklich schon längst vergessen. Vorbei, wiederum Olga. Vergessen noch nicht? Nun hat Severina ein Transparente entdeckt, welches sie zweimal liest. Die Fantasie an die Macht. Verstehst du, was das heißt, Olga? Olga überholt den Zug um einige Schritte, um das Transparent nochmals lesen zu können. Kopfschütteln, kommt sie zurück. Nein, ich verstehe das auch nicht. Sie hatten das Paar nicht gekannt, welches sich mit diesem Satz eingereiht hatte. Und nun war der Zug auch schon vorbei. In der Kleinstadt waren noch nicht mehr Leute zu erwarten. Aber da kommen noch zwei Nachzügel. Einer von den beiden trägt ein Schaf. Severina erschrickt. Schau doch, Olga. Der Mann blutet ja. Tatsächlich zeigen sich auf dem rohen Leinenhemd einige kleinere Blutspuren. Bitte, Olga, ruf den Mann doch her, dass man ihm helfen kann. Sind Sie verletzt? Ruft Olga dem Mann zu. Der Mann bleibt stehen, betrachtet die beiden Frauen. Nicht ich, aber mein Hund. Ach ja, es war kein Schaf. Es war ein Hund. Ein Bergamasca. Wollen Sie ihn nicht hier auf die Bank legen, damit man ihm helfen kann? meint Olga und deutet auf die alte Holzbank an der Wand. Wortlos tritt der Mann herzu, lässt das Tier von der Schulter gleiten auf die Bank. Der Hund stöhnt kurz auf. Eine Fleischwunde. Sie ist nicht tief, aber ich weiß noch nicht, ob sein Bein gebrochen ist. Ich will ihm die Wunde etwas auswaschen und desinfizieren. Wenn es nur das ist, dann ist er bald wieder auf den Beinen. Olga erhebt sich. Sie hat die Wunde bereits eingeschätzt und geht in die Küche. Wie ist das passiert? fragt Severina. Der Mann schaut ihr ins Gesicht. Er hat eine wettergegärbte Haut, klare Züge, aber unrasiert. Seine braunen Augen streifen über ihr Gesicht. Oben beim Pass, erklärte er, ist das arme Tier gestürzt? Es war ein Schuss. Ein Schuss? Entsetzt reißt Severina ihre Augen auf. Aber da oben ist doch jetzt noch gar keine Jagd. Erst jetzt sieht er, wie groß ihre Augen tatsächlich sind. Ihr Schwarz leuchtet ihm entgegen wie zwei bodenlose Tümpel im Gebirge. in diesem hellen Gesicht. Sie sollte wohl etwas mehr an die Luft. Aber wunderschöne Locken fallen ihr bis fast auf die Brust. Wahrscheinlich galt der Schuss mir. Es sollte wohl eine Warnung sein. Sie meinen, man wollte auf sie schiessen? Jetzt nicht, aber vielleicht später einmal. Du mein Gott, sagte sie leise. Severina ist noch bleier geworden. Nun, es geschah nicht hier, noch drüben, auf der anderen Seite des Passes. Der Mann wollte die junge Frau nicht weiter ängstigen. Vielleicht hätte er das vom Schuss besser nicht erzählt. Daher greift die junge Frau rasch die Hand des Mannes, der sich nicht weit von ihr auf der Bank niedergelassen hat. haben sie keine Angst. Sie müssen sich schützen. Es ist ihr durchaus bewusst, dass sie eine mutige Tat begeht, aber eine, wie sie Frauen heutzutage zusteht. Vielleicht aber ist sie auch verwegen. Rasch lässt sie die Hand fahren, doch Olga, die in diesem Moment aus der Tür tritt, hat die Gäste erschreckt. Sie wäscht dem Hund sanft die Wunde warm aus, während der Mann dem Tier den Kopf hält und es beruhigt. Manchmal zuckt das Tier oder jault kurz auf. Dann untersucht Olga mit sanften, aber bestimmten Bewegungen das Bein. Der Hund lässt es geschehen. Ich glaube nicht, dass das Bein gebrochen ist, aber er zuckt damit. Etwas ist sicher nicht in Ordnung. Verstehen Sie sich denn so gut darauf, fragt der Mann und betrachtet Olgas Gesicht, das er im Profil sieht. Eine schön geformte Nase über weichen Lippen, dunkle Augen mit langen Wippern. Ob diese wohl aufgeklebt waren? Allerdings schienen sie ihm nicht zu diesen Frauen zu gehören. Sie war natürlich mit Sinn für ihre Kleider, deren Farben. Das türkiste Bluse stand ihr ausgezeichnet. Was wollen Sie denn nun machen mit dem Hund? Ein etwas härterer klang in Severinas Stimme, als die Frage erfordert hätte. Der Mann wendet sich ihr zu, lächelt leicht. Falls sein Bein nicht gebrochen ist, muss er halt bald wieder auf seinen eigenen Beinen gehen. Ich kann ihn nicht die ganze Zeit tragen. Am Abend hörte Severina sich immer wieder an genau dieses Lächeln erinnern. Doch jetzt schaut sie ihm einfach ins Gesicht. »So, wie Sie sprechen, müssen Sie ja auch aus der Gegend sein«, sagte Severina schnell. »Sie können das arme Tier ja hier lassen, bis es sich etwas erholt hat, nicht wahr?« Sie schaut zu Olga. »Wir können das Tier schon ein paar Tage pflegen.« »Der Mann schaut verwundert von einer Frau zur anderen. »Meinen Sie tatsächlich, dass es wäre möglich?« »Nun«, »Olga gab sich zögerlich. wir kämen wohl schon zurecht mit ihm.« »Wie heißt er denn?« fragte Severina. »Battu.« Severina lehnt sich aus ihrem Stuhl zum Hund hinüber, krault ihn am Hals. »Battu heißt du?« »Ein seltsamer Name, aber ein schöner. Denkst du auch, wir bringen dich wieder auf alle vier Beine?« Der Hund hebt noch leicht den Kopf, schaute wohl nach der, den ihm ungewohnten Händen, legte den Kopf wieder ab. »Es sieht so aus, als könnte es klappen«, meinte der Mann, in offensichtlich guter Stimmung. »Und wie heißen Sie?« Olga erschrickt über die so vorlaute Severina, als hätte sie sich in ihrem Alter nie getraut. Wieder lächelte der Mann Severina zu. »Salvatore. Meine Freunde nennen mich Salamander, weil ich immer zwischen den Steinen verschwinde.« »Olga, stell dir vor, jemand hat, will vielleicht auf Salvatore schießen.« »Ich hoffe, es kommt nicht so weit«, meint der Mann. »Die Zeiten sind noch immer unruhig«, meint Olga. »Ich hoffe sehr, die Abstimmungen werden gut gehen und nachher beruhigt sich alles. Schließlich haben dann Italien, mir selbst und sogar Österreich einer Lösung zugestimmt.« »Ja, das hoffe ich auch«, ergänzt Salvatore mit einem leichten Seufzer und erhebt sich. »Wenn Sie wollen, können Sie auch Ihr verschmiertes Hemd hier lassen. Ich kann es waschen und wenn Sie wiederkommen, nehmen Sie es mit.« Nun erschreckt Severina über Orgas Kühnheit. »Ach, das würden Sie tun?« Salvatore schaut Olga ruhig, aber erstaunt ins Gesicht. »Ja, kommen Sie, geben Sie es her.« Severina fand, das war nun tatsächlich nicht mehr zu überbieten. Der Mann zieht sein Hemd aus der Hose, über den Kopf reicht es Olga und macht sich an seinem Sack zu schaffen, um ein anderes Hemd hervorzukramen. Im Unterhemd neigt er sich über den Sack. Die beiden Frauen blicken starr auf diesen starken, männlichen Rücken. Auf dem rechten Schulterblatt war eine etwa fingerlange Narbe zu sehen. »Besten Dank.« Der Mann hatte sich das neue Hemd übergestreift und sich den beiden zugewendet. »Dann komme ich in vier bis fünf Tagen wieder, wenn Ihnen das recht ist.« »Das geht,« meint Olga. »Verlegen Sie ein Hemd in Ihrer Hand halten.« »Das geht,« sagt auch Severina und lächelt ihm entgegen. Später, wie er sich das Gespräch wieder vor Augen und Ohren führte, meint er, sie hätte mit diesem Lächeln ihre Unsicherheit überspielt. Aber wie war er selber den beiden Frauen begegnet? Er war vor allem erstaunt gewesen und hatte sich sehr wohl gefühlt. Im Moment aber steht er vor den beiden Frauen, Sack und Gewehr wieder umgehängt und zeigt auf den Begleiter, den zweiten Mann, der während dieser ganzen Begegnung daneben gestanden und kein Wort gesagt hatte. »Das ist übrigens Rodolfo. Er ist Autor und interessiert sich für unser Südtirol.« »Sehr erfreut,« sprach der Mann und reichte beiden Frauen die Hand. »Oh, dann bereisen Sie die ganze Gegend?« fragte Severina erfreut. Mit feinem Lächeln antwortete der Mann, »Ich schaue zu, dass Salvatore nicht vom rechten Weg abkommt.« Am Abend hatte Olga den Hund in der großen, dunklen Küche auf einer alten Decke in eine Ecke gebettet. Nun ruhte er. Zweimal schon hatte sie versucht, ihm etwas zu fressen zu geben, doch er hatte nichts genommen. Das Bein war nun geschwollen und heiß. Er lag auf der Seite. Alle Viere von sich gestreckt. Er hechelte leicht. »Jetzt will ich doch einmal sehen, ob du dir einen Wickel machen lässt,« sagt sie. »Das haben wir bei unseren Kälbern auch gemacht. Weißt du, wenn sie eine Wunde hatten?« Sie sucht aus einem Schrank ein Stück Tuch hervor, reißt einen Streifen davon ab, lässt Wasser in einem Becken laufen, gießt einen Schluck Essig dazu und taucht das Tuch darin ein. Nun bringt sie es leicht aus und bedeckt vorsichtig den Hinterlauf um die Wunde herum. Ein kurzes Zittern durchfährt den Hundeleib. Dann aber liegt er ruhig. Er musste sich etwas angewöhnen. Dann wird sie ihm die Haare etwas zurückschneiden um die Verletzung herum. Jetzt tropft sie ihm frisches Wasser auf die Schnauze, damit er dieses lecken kann. Bald streicht die Zunge wirklich über die schwarzen Lefzen. »Bald wirst du wieder richtig saufen können, wirst sehen.« Sie erhebt sich, zieht einen Stuhl heran, setzt sich. »Und wenn dein Herr wiederkommt, dann wirst du ihn bestimmt begrüßen.« Ihre Gedanken verweilen bei diesem Herrn. Mochte er nun Salvatore heissen oder sonst wie? Wahrscheinlich sonst wie. Das mit dem Salamander nahm sie ihm schon eher ab. Er hatte so etwas Geschmeidiges in seinen Bewegungen, ob schon von kräftiger Statur, ähnlich wie manchmal die Leute im Zirkus sind. »Hierenspelt« 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 Vielen Dank.